Im Mai 1942 begann ein Hinausschwitz die Massenvernichtungen von Juden. Ein Beamter der Schweizer Fremdenpolizei berichtete dem Bundesrat von den grauenhaften Zuständen und betonte, Zitat, dass man die verzweifelten Versuche der Flüchtlinge, solchem Schicksal zu entrinnen, verstehen muss und eine Rückweisung kaum mehr verantworten kann. Doch die Schweiz öffnete nicht ihre Grenzen, sondern erließ eine totale Grenzsperre. Der Bundesrat Eduard von Steiger rechtfertigte diese Grenzsperre am 30. August 1942 an der Landsgemeinde der reformierten Jungenkirche so. Wer ein schon stark besetztes kleines Rettungsboot mit beschränktem Fassungsvermögen und ebenso beschränkten Vorräten zu kommandieren hat, in dessen Tausende von Opfern einer Schiffskatastrophe nach Rettung schreien, muss hart scheinen, wenn er nicht alle aufnehmen kann. Und doch ist er noch menschlich, wenn er bei Zeiten vor falschen Hoffnungen warnt und wenigstens die schon Aufgenommenen zu retten sucht. Die Metapher vom vollen Boot war damit in die Welt gesetzt. 1967 griff der Schriftsteller Alfred Hessler die schweizerische damalige Flüchtlingspolitik auf in seinem Roman »Das Boot ist voll«. Und 1981 nahm der Filmer Markus Imhoff den Roman als Vorlage für seinen gleichnamigen Film und brachte so die verdrängte Politik an eine grosse Öffentlichkeit. Das war auch der Moment, wo die Wissenschaft und die Politik einhakten. 1996 erteilte der Bundesrat der Berge-Kommission den Auftrag, die Geschehnisse während der Kriegsjahre unter die Lupe zu nehmen. Das Boot ist voll. Diese Metapher hat den Krieg überlebt. Sie ist angereichert worden seither durch zahlreiche wassertechnische Assoziationen. Flüchtlingswellen zum Beispiel oder Flüchtlingsströme oder Asylantenfluten.